so ich wollte euch gerne mein neues system vorstellen eigentlich ist es gar nicht neu aber ich hatte immer das problem ich habe das akg hieß das akg er immer hier gehabt und das brauche ich aber auch für auftritte denn immer wenn jemand ein spiel machen will oder so habe ich das hier abgebaut habe sind die habe es ins auto getan und habe ich mich daran erinnert dass ich noch ein t-bone system im keller stehen habe und dieses t-bone system hört ihr jetzt gerade das ist dieses t-bone tws 16 pt 821 schießt mich tot und 130 euro ist ein empfänger dabei und als mikrofon nehme ich immer noch mein lieblingsmikrofon nämlich das hier und ich sage jetzt einfach mal nix was mir schwerfällt ihr wisst es fällt mir schwer aber ich sage jetzt erstmal nix damit ihr einfach mal hört dass da so gut wie nichts rauscht achtung ich sage jetzt mal nix ja das ist lang genug nix gesagt ihr merkt der rauschpegel ist minimal stänzt minimal stänzt alles zusammen kostet das system so um die 200 euro es läuft immer noch über dieses behringer über dieses süße kleine behringer für 50 euro kostet es im moment und natürlich ein xlr kabel vom vom funksystem in das behringer und das behringer hängt über usb an meinem computer ihr seht für um die 200 euro bekommt ihr ein semiprofessionelles im oberen bereich wie ich finde das ist also wirklich semiprofessionell im oberen bereich die sprache klingt toll es rauscht nicht es übersteuert nicht das müsste halt einpegeln ja es ist einfach man kann wirklich die links habe ich euch unten verlinkt ja also ich bin da wirklich hoch zufrieden mit und ihr hört es ja selber auch es ist ja wirklich eine geile qualität und wenn man das hier noch ein bisschen so weg macht dann sieht man auch das blöde kabel nicht so und man sieht dann nur hier dieses kleine mikro und das ist einwandfrei also ich finde es für videos tschuldigung für videos machen einwandfreie geschichte super sache wenn ihr es bestellen wollt unten sind die links ein service von headley tv